Ja, dann wollen wir das Ding mal hier auftauen lassen. Ja, ist noch ein bisschen aufgetaut. Ja, ich habe daftiger Schoko-Teuch. Mache ich den mal auf und dann gucken wir mal rein. So, kann man ihn reinpacken. Jetzt hat er... Der sieht schon mal cool aus. Das ist ein wunderbarer Star-Wars-Kuchen. Sterne drauf. Super. Da werden wir sogar noch einen bauen. Da kann er schon nichts drauf. Dass wir ihn nicht auftauen lassen. Und dann nicht zu. Das wird ja gleich geschlachtet und probiert. So, dann werden wir das Ding mal schneiden. Psssssss. Ja, ein Stück rausgeschnitten. Ja. Extra nicht mit dem Stormy geschnitten, ne? So, wir werden gerade probieren ja dieses Brownie-Zeug. Na dann. Guten. Mh. Oh, das macht aber süchtig. Da kann ich 5 Kilo von essen. So. Sehr gut. Finger sehen dementsprechend auch sofort aus. Mh. Ja. Für die nächtlichen Fressattacken. Absolut essenswert. In diesem Sinne. Stormtrooper. Probier ich später. Guten Hunger. Achso, ich mach mal mein Messer wieder aus hier. Wo ist Fress thancht. Schuss. Du bist du von zweipens. Dumpf. Du bist du gesund. Du gehst an. Du bist du. Du bist du. Du bist du. Ich mache mich weiter. Untertitelung des ZDF, 2020